Wann hast du das geschrieben? Mein Leben lang. Das ist ein Hit. Reggae ist die Musik des Volkes. Wissen Sie, Sie sind ein Superstar. Ich bin kein Superstar. Man kann die Musik und die Message nicht trennen. Also, Reggae-Musik vereint die Menschen. Nicht allen gefällt, was du sagst. Du musst aufhören zu deiner eigenen Sicherheit. Am 3. Dezember 1976 drangen Attentäter in Bob Marleys Haus ein und versuchten, den Sänger zu töten. So wie seine Frau... Keine Sorge, don't worry. Don't worry. Hat euch das gefallen? Ja. Da draußen ist Krieg. Wie kann ich Frieden bringen? Ich kann nicht mal Frieden für mich finden. Manchmal muss der Bote selbst zur Botschaft werden. Bob, ich weiß, es ist gefährlich. Aber du bist der Einzige, der die Menschen vereinen kann. Du bist bereit, Bob. Waffen können meine Message nicht aufhalten. Ich will, dass sich die Welt ändert. Und diese Zeit ist jetzt. Und diese Zeit ist jetzt.